Verdamm Herr Blaze! Nein! Herr Blaze! Lauf! 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 Wow! Fuck! 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 Jo Leute, da sind wir wieder zum Battle mit, ähm, Tim. Und mit mir. Da ist ein Gegner. Wo? 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 Scheiße! Scheiße! Oh, ne. Ja doch, da rennt einer mit nem Optifine Cape. Richtig? So ein grünes. Ah, okay. So, ich fernkampf, du nahkampf. Wenn wir ihn sehen. Ich versuch's. Ich versuch's. Ich geb mein Bestes. Oh, erstmal was essen noch. Ja, immer essen wir mal. Wo ist er hin? Weiß ich nicht. Oh, Mann, Mann, Mann. Okay. Ich spinne. Da, weiter durchs Tal hier, durchs Tal. Okay. Ja, da sind es. Pinkerspieler, da sind. Oh, greif an, greif an. Warte, ich lauf vor. Triff mich nicht. Nordop, Nordop. Nice. Warte, wo ist Austria, da ist Austria. Woah. Ich lauf nur noch hinterher, hat viel gefressen. Ich lauf Austria hinterher. Komm her, Austria. Er ist tot. Ja. Gerade so. Boah. Austria ist da noch im See. Im See. Ich versuch's dir zu helfen. Ja, er rennt weg. Du könntest mit nem Bogen. Huh. Im See? Ja, jetzt ist er grad. Er läuft Richtung Berg. Ich muss essen. Woah, fuck. Jetzt kommt mir. Ich hoffe mal, ich hab... Ja, die Wolle hab ich. Warte. Ah, ich seh euch. Ich seh euch. Durften wir die überhaupt killen, ja, oder? Ja. Ja, bestimmt. Also, ich hoff mal. Oh, scheiß Leg. Sonst hätten Nordops schon sich schon beschwert. Ja, das waren fünf Minuten locker. Alter, Austria rennt. Weißt du, wo wir hin sind? Ja, ich seh dich. Wir sind jetzt im Kriegenwald. Ich seh dich. Können wir den Weg abschneiden vielleicht? Ja. Cool. Woah, nein! Ich hab nen Fehler gemacht beim... Das nervt so. Oh Gott. Alter. Bist du mal hinter ihm? Ja. Immer noch. Er rennt hier. Und alle Mops fixieren ihn. Das ist so geil. Kannst du mir die kleinen Daten durchgeben? Äh, Moment, 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 Moment. Woah. Ich kann grad nicht. Okay, alles egal. Warte. Ah, scheiße. Woah, ich hab ihn gekillt. Ich hab ihn gekillt. Ich hab ihn gekillt. Wuhu. Mein erster Kill. Basti. Ohrlig. Jetzt bin ich mal gespannt, ob die sich beschweren. Okay, warte. Äh, ich hab jetzt Purple Wool. Du auch? Ja. Deswegen sollten wir zum Spawn gehen. Okay, wo bist du? Wo bist du? Wo bist du? Ich steh hier noch rum. Steh hier noch rum. Wo? Äh, warte. Ich hab dich... Da hinten bist du. Gut, 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 gut. Du siehst mich? Ja, ja, ja. Hallo. Hier, hier, hier. Also, meine Koordinaten sind 200. Warte, lass uns erst mal die Rüstung zum Beispiel wegwerfen. Alles, was wir nicht brauchen. Ich hab acht neue Federn. Ich hab elf. Sehr schön. Letzte Folge, aber wirklich. Wir haben zwei Uhr. Das schlägt gleich ein, wahrscheinlich. Dann, ähm... Ah, hier ist ja noch einiges. Ja. Aber das brauchen wir wahrscheinlich alles nicht. Ah, was? Was ist das? Ein Skelett. Nerv nicht. Wo? Wo ist es hin? Ah! Ah! Ich bin in ein C gefallen. Nein! So. Äh, Spawnhaus. Ist in die Richtung. Ich hab noch zwei Flints. Ja, bei Gelegenheit sollten wir dann Flints damit vielleicht. Ah, ich hab noch in der Kiste unten welchen gehabt. 13 Stück. Glaub ich. Bist du da? Ja, da hinten. Gut. Ähm. 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 Okay. Die werden wahrscheinlich jetzt richtig Mad sein. Also neu. Sollen wir... Sollen wir... Ähm... Kiste machen und da vielleicht die Fehler reintun, weil die sind da wertvoll eigentlich. Ja, okay. Äh, wo bist du? Wo bist du? Hinter dir. Okay. Ah, gut. Sollen wir... Reportet er sich nicht oder was? Zeit. Echt? Also ungefähr 100, 100. Äh, minus 100, minus 100 ist es. Ist es seit einer bestimmten Version eigentlich auch so, dass man immer bei denselben Koordinaten spawnen. Also 100, 100 und äh... Ich hab mich auch erstmal... pack mal die lila Wolle. Ja. Ähm... hier rein. So. So. Wir tun zwei rein. Ja. Und nehmen dann eine von rechts auf unsere zu. Also. Zwei lila Wolle umgetauscht. Okay. Äh, was... Was muss ich jetzt... Ich muss jetzt gar nichts mehr machen. Das hast du gemacht, gell? Ja. Hast du die Wolle weggetan? Ja. Ja, genau. Guck, jetzt haben wir... Links ist unser Leben. Ja. Links ist unser Leben. Gut. Ja. Wir haben elf Leben. Wuhu! Wuhu! Also das hätte ich jetzt nicht erwartet, sagen wir so. Achso, wir müssen aber natürlich noch ne platzieren. Das heißt, ich nehm noch eine mit. Jetzt haben wir wieder zehn. Egal, egal, egal. So, lass uns mal einen Gegner suchen und dann die Wolle irgendwo platzieren. Okay. So. So, und wir wollten halt das Zeug hier wegtun. Ja, lass uns einfach hier am Spawn machen. Was? Ich hab hier ein Loch. Achso, ja, stimmt. Warte, warte. Ähm, ich fäll mal noch die... Äh, die... Ne, von hier droppt ja kein, äh, Ding. Oder? Kein Apfel. Äh, ne. Leckt bei dir auch das Server ein bisschen? Warte mal. Ne, bei mir geht's. Warte mal ganz, ganz kurz. Können wir auch die Koordinaten aufschreiben. Ah, gut. Ja, sorry, ich wollte nur gucken, nur gucken. Ja, passt. Koordinaten aufschreiben. Ja. Äh, Moment. F3 sind minus 54, 69 und minus 118. Ich hab auch davor, worum es dabei geht. Äh, warte hier. Base. 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 Höhle. Und Federn, gell? Mhm. Oh Gott. Muss ich die nur noch bis zum nächsten Freitag haben. Wäre gut. Auf jeden Fall. Noob-Schutz. So. Wo rennst du hin? Bin am Spawnhaus. Gut. Äh, wie, wie sieht's jetzt aus mit den Goldäpfeln? Sollen wir tun oder sollen wir nicht tun? Ja, aber wir brauchen halt einen ordentlichen Wald. Jo. Oh, das ist ein Witch. Das sind jetzt die töten. Vielleicht kriegen wir eine Portion raus. Oh ja, das wär geil. Aber vielleicht töten die uns auch, weil die ist echt stark. Ach, was? Was? Oh, okay. Warte, ich halte die Spinne weg. Aber... Hat nix gebracht. Gar nicht gedroppt ey. So. Dahinten sind die Skelete noch. Und ein Huhn. Huhn. Bei Federn. Wow. Da ist ne Schlucht. Pass auf. Es wäre fast wieder passiert. Dahinten ist noch ein Schwein. Ah, ich glaub nicht, dass man gestorben wäre. Oh, ich muss das essen. Ich hätt's fertig gekriegen. So. Wunderbar. So. Spinne. Brauchen wir eher. Dahinten ist noch ein Enderman. Den hol ich mir noch. Oh, er portet sich erst mal. Füße musst du treffen. Hab ich doch. Das war die Fuß. Geh weg. Fuß. Ah. Spinne. Jo. Gut. Enderman. Ja. Nice. Verhalt die am besten auch in der Hoppa. Falls ich wegbotten muss. Moment. Äh. Achso. Scheiß Inventar. Was voll ist. Äh. Wo bist du hin? Nein. Haben Enderman gekühlt? Gut. Auch Äh. Enderpearl bekommen? Ne. Oder nicht. Gut. Weltklasse, würde ich sagen. Achso. Noch mehr Hühner. So. So. Und gerade wieder tot. Gucken ob überhaupt stimmt. Mini-Zombie! Stopp jetzt. Hallo. So. Und. Ey. Von Veni und Tobi hat man noch gar nichts gehört. Gell? Uah. Das macht mir irgendwie Angst. Dann krieg ich aufbauen. Ja. Bam. So. Wuh. So. Vielleicht bisschen durch die Wälder auch streifen. Falls wir. Ich hab ein Dorf gefunden. Ah. Oh. Oh. Ha. Ja. Essen. 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 Weiß ich nicht. Aber der eine taucht sich hoch. Das ist ja eigentlich gut. Sollen wir Überraschungseffekt machen? ja okay war mit der enderpearl importen nee 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 lass uns erstmal von weit ich bin noch weiter hinter dir das heißt ich kann dich gerade nicht unterstützen haben die die erschwerter scheiße ist da feuerbogen ich bewege mich hin und her ich lenke die ab die haben schon ein bisschen gefressen wunderbar ich habe angst man ich muss gleich wieder was essen aber ich habe nichts mehr verdammt das gefühl soll man die lassen und den auf dem tower weiter 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 hast du ein gutes gefühl das leute auf dem tower gewesen ja da war einer auf dem tower deswegen kann ich gesehen so ich weiß nicht wer es war aber dabei die haben die erschwerter scheiße egal herr blaze nein herr blaze lauf 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 oh gott der eine ist in lava ja da ist tot und herr blaze nicht übermütig ja geil wo wo sachen holen als unwichtige weg und wir müssen auch ich halte ein bisschen ausschauen okay und ich dass sie noch mal wieder kommen die haben hier ein dirhelm die haben dirhelm ohr mega geil warte ich will ein dirhelm so dirhelm mit schutz 1 habe ich jetzt ich brauche jetzt essen haben die noch was zu essen ja die haben hier bratkartoffeln dabei kam an die erschwert nice worte und bogen rostung hatte heger warum die klaus so ich habe ein brötchen das ist das werde ich warte wir müssen jetzt kannst du kurz ausschau halten ich habe ein zweites herrschwert noch um wieder und die kommen wieder ja 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 alles alles weg gut ich muss essen ich muss unbedingt essen und ich habe nicht mehr viel leben sollen wir rennen rennen nicht dahinten kommen da kommt lila da kommt lila da kommt lila weg lauf warte ich lass dir ein dirschwert droppen okay nein nein ist egal wir haben schadness 2 das ist besser als okay ich war ja ich habe aber ein verzaubertes ich weiß nicht was drauf ist okay bist du hinter mir ja ich bleibe hinter dir bleib mal stehen warte ich habe hier eins mit schärfe eins und haltbarkeit soll ich dir das geben ähm schadness 2 ist besser okay auf eisen aber behalt das auf jeden fall okay ich habe noch ein paar kartoffeln ich habe noch ein wenig sind wir in sicherheit sind wir in sicherheit oder verfolgen wir können ja angreifen sicher ich bin noch nicht früh live ich habe angst hast du essen warte ja ich habe noch essen ich ich regeneriere aber gerade noch okay die haben sich da hinten gerade ja wieder ihr zeug geholt wo nordop und austria hin sind weiß ich nicht boah verdammt hast du die wolle nein die hat nordop gekrallt der sack guck da hörst du es dann sind die am spawn lassen zum spawn gehen und warten bis sie raus laufen willst du es wirklich riskieren ich habe angst und ich habe ich habe wir haben viel bessere sachen als du hast du einen bogen ja ja aber die beiden haben mehr skill als ich nichts können die sind gerade da drin müssen warten bis sie raus laufen okay warte ganz kurz ich habe hier einen flamme bogen das ist sehr gut und ich habe zehn pfeile und elf federn ich habe drei ich habe gedacht dass die wolle so richtig habe drei kills sind im battle das ist geil du bist ein guter wie nennt sich das positiver einfluss oder so etwas in der art oha 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 okay wollen wir die wirklich angreifen ich habe angst einmal können wir nicht die eingänge vom Prozent von dem Spawnhaus mit Lava voll machen so folgendes soweit ich zählen kann in 15 Sekunden heißt es dass wir auch komplett Schluss machen ja komplett fertig karte aber ja gut dann beende ich die aufnahme und sagt tschüss nächste nächsten freitag geht es weiter bis dann das war's bis dann